was ist das? was ist das? das ist das Gamer hä? schweiß ich hab den Eisenbarn hei und ich bin tot shit und das schweine sei überhaupt nicht Alter, da muss ich erstmal richtig scheiße niesen, Alter. Scheet. Vielleicht ist es bei dir. So. Oh, ihr spieler für mich schon mal gut. Und jetzt verwarte ich nicht gerade eine Biene. Ja. Wir kriegen Items durch die Biene. So, erstmal eine Spitzhacke craften. Das sind zwei kleine Heiltränke. Ja, zwei kleine Heiltränke, das sieht sich gut aus. Ich brauche zwei HP. Stirr! Uh. Ist sie lowlife? Leu, genau weiß ich, habe ich gerade niemanden gehittet. Ich habe zweimal critical gemacht, super. Kannst du uns wiederbeleben? Ja, aber ich brauche mir kurz ein Steinschwert. Leu, Chirits. Die Biene hat doch nicht gefokust. Ja, aber ich brauche trotzdem ein Schwert. Das kann anglauern. Moment, da, ich lache, ne? So, Steinspitzsacke und Steinschlafen. Ja, doch, Moment. Crafton. Oh, come on. Yay, ein T-Rex. Hey, hallo. Der läuft gerade über Schildi. Goll. So. Äh, okay. Ah, heldenhafte, oh. Na, du süßer kleiner Fratz. Na, du süßer kleiner Fratz. Ha, austricksen. Falsche Richtung. Äh, Schildi liegt ja nicht so gut. Okay, ich war gerade... Haja. Schildi, Achtung, weg. Na, jetzt haben wir es drücken gerade den T-Rex so weg. Ja. Drücken den gerade durchs Level an die andere Seite der Welt. Lord, meine Zambis haben den getötet. Äh, ober, das kommt nicht von mir an, ey. Ja, Zambis, hallo. Na, hier sind die Fratze. Hier sind die Erz. Und hier sind die Erz. Bringt nicht zu viel. Ja, wo sind die Eisenbahn? Oh. Abbringt auch noch... Ja, Feier-OS-Fähigkeit, juhu. Mal erst mal in eine Spinne reinspringen. Lol. Ups. Da war ich tot. Wie viele? Wie viele? Verdammt. Ich weiß auch nicht, ich kriegte aber, äh... Uuuu. Aber bekomme ich eigentlich dieses komische Ding, dass die Zombies macht? Äh, das ist, ähm... Das bekommt man durch die goldenen Kisten. Oder... Denn in meine Klasse ist das Anfangsfähigkeit. Ja, aber nicht. Wie bekommt man die Klasse? Äh, in denen du 20 goldenen Kisten öffnest. Ah, okay. Okay. Ich hab noch nicht eine goldene Kiste bisher geöffnet. Entschuldigung. Durch? Ja. Aua. Äh, halt, bei mir ist das kein Schatten und Küche. Es gibt mehr Zeug. Auch Eisen und sonst was. Alle geben. Warte, Eisen... Monster halt vor allem. Nix mehr, okay. Soll ich Holz verkaufen oder behalten? Behalt mal, weil... Äh, im Moment Holzplatten kannst du ein paar verkaufen, aber... Sticks brauche ich auf jeden Fall richtig viele. Weil... Für Pfeile braucht man richtig viele Sticks. Äh, Luca macht jetzt mal den Grund-TTT-Server aus. Okay... Wenn ihr... damit Spaß hat. Aha. Oh, ne. Hühnchen jetzt nicht töten. Nope. Vergessen. Nein! Oh, du Hühnchen. Hühnchen. Warum kann ich Hühnchen töten? Äh, weil dann kann Monsters uns spawnen. Das ist am Anfang noch recht stark. Jupp. Ach so, dieses Ding da. Braten! Ich will gleich, dass du Braten hast, dann ist doch gut. So! Äh... Da ist wieder was. Wo hab ich ihn, ey? Ich hab nichts im Inventar. Hm? Nein! Moment. Shit. Schade. Hey, warte mal. Bin ich gespannt. Warte. Eins. Äh... Also... Hä? Ist das so... Meinetwegen kriegt ihr hier das da und... Obwohl, ne, eigentlich brauch ich das Eisenschwert eher als Gamer, oder? Weil Gamer nicht die ganze Zeit eh sind. Ich staub mich einfach keinen Bogen. Oder? Ich will aber auch irgendwie in den Nahkampf gehen, Julian. Ja, aber du hast... Ich hab ja gar nichts um Pferdkampf zu machen. Du hast ja deine Zombies. Ist besser als nix. Alter Julian. Ein Steinschwert kann ich dir geben, aber kein Eisenschwert. Julian, wenn man im Fall nach links oder nach rechts drückt, dann fällt man langsamer, als wenn man so ganz normal runterfällt. Moment. Ist ein Steinschwert? Äh... Wenn man was macht? Wenn man im Fall nach links drückt, dann fällt... Warte. Komm her. Komm mal zu mir. Na? Äh... Und dann spring jetzt mal nach links und drück nach links. Also, äh... meinst du auch? Ich bin ein bisschen schneller unten als du. Moment. Kann sein, ja. Das sind ja auch aber nicht viel. Moment. Ähm... Roststein kann ich theoretisch noch... Dafür wäre ich ein Eisenschwert oder so. Was? Dafür wäre ich ein Eisenschwert oder so. Ich hab doch ein Eisenschwert auch gegeben. Ja. Der hat beide Eisenschwerte. Ja, okay. Ja, okay. Und durchgehen? Ja. Warum heißt der Schildies? Eigentlich wollte ich dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hintermachen, aber... hat leider nicht mehr gepasst. So. Ha, ja. Oh. Juhu, T-Rex. Hui, mein... Ich lass mich mal allein. Ja, weiß ich genau, dann stell mir auch so gut gemacht. Achso, du willst Schildies wieder. Diese ganzen Schilds. Äh, ja, ich konnte mich gerade eben nicht bewegen, gut so. Wenn du wehdrückst, kann sich manchmal nicht bewegen. Schildies, du hast keine Ahnung, was du bringt, du bist tot auf schlecht. Ja. Ich bin so schlecht. Da, da, da. Schildies SLB steht da jetzt. Hä? Ich stehe grad Schildies SLB, ups. Schildies SLB. Äh, Schildies. Maler langer Körper. Schildies. Schildies. Wie schnell schieben denn meine Zunges den Boss her? Nice. Gamer! Leute, ich muss jetzt leider weg erstmal. Ok, kannst du ihm Zeug geben und Gamer sonst uns wieder beleben. Denn da liegt ganz viel Zeug auch. Und jetzt die Spawn gleich. Jaja, ich... Ich hab hier grad'n Problem, Julian. Ja, ich muss jetzt disconnecten, weil ich gleich los muss im Bogen schließen. Ja, okay, ciao. Okay, ciao. Was ist denn das Punkt? Loll, egal, es ist jetzt die Spawn. Äh, ich... bist du ja ein heiß ja ich lebe noch nur noch 2 bis überhaupt gestorben warte ich bring mich mal kurz um jetzt gebe ich noch der wasser wieder vorgemeldet wird sich meine Bis zum nächsten Mal.